Ja, willkommen Party Peoples, alle Jungsmädchen und alle Kranken dazwischen, ja, willkommen zu Let's Play Deus Ex Human Revolution, ich habe schon ein Spiel, auf das ich mich auch sehr gefreut habe, zu Let's Play, seit ich die TV gerade habe, das Recht. Ich hätte es ja auch letztes Jahr im Ankündigungs-Trailer drin, dass ich dieses Spiel auf jeden Fall machen werde. Wir spielen das auf höchster Schwierigkeitsstufe und wir spielen das als reines Stealth-Spiel durch. Man kann es zwar auch als Shooter spielen, aber okay, bis auf die Boss-Fights können wir das als Stealth-Spiel. Ähm, ja, das wird ein komplettes Pazifisten-Stealth-LP. Das bedeutet für die, die damit der Materie nicht so vertraut sind, wir schleichen uns überall durch und töten nur die Boss-Gegner. Wenn wir andere in Ausschalt müssen, hauen wir sie nur bewusst los. Ich bin gespannt, ob es mir gelingen wird, da ich auch auf ein paar dieser Trophies aus bin. Ja, es wird auf dem PS3 gespielt, weil ich es nur dafür habe, aber es gibt es auch für PC und Xbox 360, aber jetzt halte ich erstmal die Klappe. Ist alles vorbereitet? Fast. Was soll das heißen? Fast. Ich habe mit Montreal gesprochen. Die Sendesatelliten sind bereit, wenn wir sie brauchen. Ein paar unruhige Wochen. Die Öffentlichkeit ist reif für den Rückruf. Und die Kliniken? Wir kontrollieren ihre Finanzen. Sie werden tun, was wir sagen. Wir sollten trotzdem das Referendum abwarten. Wir haben keine Zeit. Der Wissenschaftsausschuss tritt nächsten Monat zusammen. Aber die Meinung der Delegierten verschiebt sich. Ich bin sicher, wenn etwas mehr Zeit... Nein. Mit der Veröffentlichung dieser Entdeckung zwingt uns Serif zum Handeln. Die Welt ändert sich nicht über Nacht, nur weil David Serif das möchte. Außerdem können wir nichts tun, dass unser Biochip fertig ist. Sagen Sie nicht, er wäre fast fertig. Es war schwieriger als erwartet, die richtige Nervenschnittstelle zu finden. Dank David weiß ich aber inzwischen, wo ich suchen muss. Und in Washington versammeln sich heute Abend die Massen weiterhin vor dem Kapitol. Sie fordern, dass der Kongress die Veränderung der Fähigkeiten des menschlichen Körpers strikt reglementiert. Dies ist eine Reaktion auf die Behauptung des Biotechnologie-Experten David Serif. Sein Unternehmen habe einen Weg gefunden, um mannkontrollierte Evolution für alle zugänglich zu machen. Wissenschaftler von Serif Industries treffen morgen in Washington ein, um ihre Aussagen zu untermauern. Aber heute Abend... Ich bin Eliza Kazan mit einem Live-Bericht für Pygis. Bei allem Respekt, Major. Ich will, dass zwei Sicherheitsleute uns erwarten. Auf dem Vorfeld. Nein, wir gehen nicht durch den Terminal. Viel zu gefährlich. Ja. Freut mich, dass Sie das verstehen. Gute Nacht. Idiot. Stimmt was nicht? Bei mir ist alles klar. Aber wenn Sie weiter so an der Kette ziehen, Dr. Reed, wird Sie noch reißen. Komm schon, Meg. Du hast schon öfter deine Forschung verteidigt. Das war was anderes. Damals ging es nur um Theorien. Aber diese Entdeckung, Adam, ist was Großes. Wie Kepler. Wie der Stein von Rosette. Und, wo liegt das Problem? Sie wollen wissen, wie ich drauf gekommen bin. Megan, unser Flug nach DC geht in... Adam, Sie sind auch da. Gut. Brauchen Sie was, Boss? Ja, ich möchte Ihr Sicherheitskonzept für Washington durchgehen, bevor wir abfliegen. Sind Sie und Ihr Team bereit, Megan? Gleich, David. Wir gehen nur noch mal die Daten durch. Dann aber flott. Wir müssen erst mal in Washington sein, bevor Sie diese staatlichen Alleswisser verblüffen dürfen. Ich hasse es, wenn er sowas sagt. Komm, ich gehe ein Stück mit dir. So. Jawohl. Es geht auch schon los. Ich dürfe auch ein bisschen herum. Immer wieder mal alles anschauen. Hier haben wir ja zum Beispiel was zum Lesen. Patient X? Das ist unwichtig, Adam. Nur ein Teil der Forschungsarbeit. Können wir müssen... Ja, ja, gehen wir gleich. Ich werde versuchen auch zu gucken, dass sich so viele PDAs und Zeitungen, wer dieses Spiel kennt, also so auch alle Hintergrundinfos mitzunehmen. Aber ich denke, wir werden am Ende erst das Ganze, ähm... Ich werde, glaube ich, nur mal eine Bonus-Episode machen und die ganzen Texte vorlesen, weil wenn ich das alles nochmal jetzt von vorne lese, das dauert ja teilweise sehr lang. Ich habe gewohnt, deinen Computer zu sperren, Mac. Ich weiß, ich weiß. Hey, hör auf, meine E-Mails zu lesen. Hier haben wir zum Beispiel Cassandra Reed, die Mutter von Mac. Aber egal. Ein paar E-Mails, die wichtig sind, die relevant sind, die werde ich lesen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier mit Dr. Megan Reed. Also das ist manchmal noch eines der geilsten Spiele, die 2011 auf den Markt kam. Was hast du vorhin gemeint, Mac? Worauf bist du gekommen? Vergiss es. Ich bin nur etwas nervös. Sollte ich vielleicht etwas wissen über dieses Labor? Über Seraph? Meg? Warte hier. Wir haben immer noch biochemische Fluktuationen auf den künstlichen Durchfallstätten. Okay, ein bisschen über diese Katzen kann ich drüberquatschen. Weiß manchmal nicht. Untertitel. Hier geht es sowieso nur um technischen Fehlfonds. Ich fasse es nicht, dass du nach David gefragt hast. Du warst lange genug hier, um zu wissen. Sie weichen mir doch nicht aus, oder? Das würde ich nicht tun, Dr. Reed. Ich glaube, ich weiß, warum der Klärzmesswerte abweichen. So viele Peptide? Ich denke, die Auflösung des Glia-Gewebes nach dem Splicing des Repressor-Potenten ist die Ursache. Mit einem besseren Zytometer... Könnten wir eine genauere Messung vornehmen, wo wir das T2 bestätigen? Ich werde mit David darüber reden. Wenn er es bei Page Interspace bestellt, kriegen wir vielleicht noch Kaffee und Tomaten dazu. Ah, fängt schon gut an. Du machst dir zu viele Gedanken, Helden. Wir leisten hier gute Arbeit. Wir helfen den Menschen, ihre physischen Grenzen zu überwinden. Ja, sofern sie für das Verteidigungsministerium... Wir sind nicht alles Soldaten. Wir arbeiten mit Lehrern, Ärzten, Bauarbeitern... Ja, es ist leider nicht ganz lip-synchron alles, 100%. Ah, Dr. Reed, das ist General O'Neill. Synchron ist eigentlich okay. Ja, vor allem dank Vasili. Wir sind international, also in der Zukunft. Arbeiten Amis und Russen sogar auch zusammen. So, schauen wir uns erstmal diesen Versuch an. Ich finde, wer ist wegfetzt. Beeindruckend? Wann ist das System fertig? Ich muss leider los, aber Vasili hat alle Details, General. Natürlich. Ja, also hier geht es hauptsächlich darum. Du hast recht. Jeder Lehrer wäre von diesen Dingen begeistert. Du willst es nicht verstehen. Rüstungsaufträge sind notwendig. Aber Augmentierungen, die das Denk- oder Reaktionsvermögen optimieren, sind eine Verbesserung. Für alle Menschen. Das predigt David schon seit Jahren. Ja, alles nur Gerede. Er ist ein guter Mensch. Gib es zu, Adam. Ein Teil von dir mag ich. Ich mag jeden, Dr. Reed. Ja, klar. Ja, es geht hier hauptsächlich um irgendwelche cybergenetischen Prozesen für Leute, denen halt ein Körperteil fehlt oder abhanden kommt. Zum Beispiel Armersatz. Wohin musst du? Da ja ins Büro. Sie braucht einen Schlüssel, damit sie Kubrick Gassi führen kann. Er ist ziemlich groß geworden. Wirft ständig meine Platz rum. Hat er die Vase schon geschafft? Ich hab sie weggestellt. Und ich hab den Garten eingezäunt. Wie du's immer machen wolltest. Ja, ich bin nie dazu gekommen. Tut mir leid. Mir auch. Und nicht nur das. Adam. Da ist etwas das. Guten Abend. Bridget. Na? Alle bereit für die Reise? Da ist Farida. Ich sollte mich beeilen. Wir sehen uns am Helipad, Adam. Sicher. Hab ich... Sie unterbrochen, Jensen. Ist die Firewall schon repariert? Man kann eine Firewall nicht reparieren. Man sucht die Hintertür und verriegelt sie. Und? Ist sie verriegelt? Ja, ist sie. Wollen Sie wissen, wie? Moment. Ich vergaß. Ex-Bulle. Sie würden es nicht verstehen. Ex-Bulle. Und Sie wären überrascht. Hat Seraph sie auch hier bestellt? Athena. Ich soll ihr zeigen, wie man die implantierten Ordnungsgeräte unserer Wissenschaftler überwacht. Falls ihre Sicherheitspläne in Washington nicht ausreichen. Sie werden. Dieser Kerl ist ganz schön arrogant, ey. Gehen Sie beide zu sehen. Gehen Sie gleich rein, Adam. Er wartet schon. Das ist der modernste GPL-Fräger. Okay. Wir treffen uns mit dem Big Boss. Diese ganze Konzern hier heißt ja, wenn wir es noch nicht mitgekriegt haben, Seraph Industries. Und Seraph. Ist der da vorne. Mit dem Pullunder. Artigen Hemd. Okay, es ist doch noch ein Hemd. Davon weisen wir anders aus. Die Capital Police bringt uns zum Hill und dann übernimmt der Federal Protective Service. Gut, gut. Wie hält sich ihr Mädchen? Sie ist nervös. Sie muss denen nur ihre Forschungsergebnisse zeigen. Hat sie es ihnen erklärt? Wissenschaft ist nicht gerade meine Stärke, Boss. Es ist unglaublich. Da beschuldigen uns diese Puristen, in den Lauf der Natur einzugreifen. Dabei hat Megan nur entdeckt, wie man das Potenzial in unserer eigenen DNA nutzbar machen kann. Das ist sicherer und einfacher als alles, was Udero je zustande gebracht hat. Umgebungsfehlfunktion. Labor unter Sektion 6. Oha, sieht nicht gut aus. An alle Laborleiter. Bitte sofort melden. Wir gehen besser keinerlei Risiko ein. Nicht heute. Nehmen Sie meinen Aufzug nach unten. Kennen Sie den Punkt? Ja, 0451. Was ist da los? Okay. Entweder, jemand soll diesen verdammten Lärm abschalten. Achso. Wir sind also mehr der Rustikale. Wir sind die menschliche Seite. Wir sind ein Ex-Sword. Und mehr für... Handlichere... Tätig. Nicht so für... Die ganze Technik. Ja, Adam Jensen, unser Charakter. Und es geht darum, Staff. Okay, aber jetzt erst einmal... Äh, 0451. Fahr mal mit dem Fahrstuhl herunter. Weil irgendwie Kräften kann. Wenn ihr schon wissen wollt, wer sich nicht so mit dem Spiel auskennt. Die Puristen, das ist so eine Wiederscheinsgruppe. Das sind Leute... Richard, du musst merken. Hat sie sich schon gemeldet? Laut ihres GPL-Implantats ist sie in der Mikrochemie-Labor. Sieht aus, als würde sie laufen. Verdammt, muss ein schwerer Geräteausfall sein. Können Sie sich Kontakt herstellen? Ich versuch's, aber die Intelli-Camps reagieren nicht. Da gibt's von irgendwo ne Störung. Finden Sie raus, was da los ist, Jensen. Also, diese Terroristengruppe... Richard. Moment. Richard. Richard. Diese Terroristengruppe... ... Vielen Dank.